Ja, es ist eine Nebenquest. Und da kommen Blitze raus. Uh. Was macht der hier? Holunderbären sammeln kann ich nicht. Aber es sieht schön aus. Aber ich kann ja auch nicht starten, hä? Die reden nicht. Ach, jetzt. Und hier sind die Sturmbringer. Erklärt diesen Schabernack. Dieser Sturm ist unsere Rache. Kalte Winde für ein kaltes Herz. Dreimal baden wir um Gundels Hand. Dreimal verlangten wir, dass sie zwischen uns wählen. Dreimal schreckte das grässliche Gesicht meines Bruders sie ab. Es ist auch deins, Klugscheißer. Wir sind Zwillinge. Ach, echt? Rief diesen Sturm herbei, weil eure Gefühle verletzt wurden? Dieser Sturm ist wie jener, der in uns kommt. Der edle Schmerz aller, deren Liebe verschmäht wurde. Die Frau hat Nein gesagt. Lebt damit. Mir gefällt dein Ton nicht, Ase. Du hältst dich wohl für was Besseres. Genau wie sie. Vielleicht sollten wir dir das Maul sagen. Gerne. Also ich habe schon so viel gekalt gemacht. Doch ihr habt versucht euer Glück. Kommt her. Auf zwei mehr kommt es auch nicht mehr an, ne? Wir sind ja schon beim 500.000. Tod hier. Bapp. Vorbei mit dir. Scheiße, hä? Scheiße. Doch zu gut gewesen. Naja, es war keine Herausforderung. Auch schöne Aussicht nochmal so zum Schluss. Der Sturm ist verschwunden. Sollte das wahrscheinlich darstellen. Der Himmel klart auf. Der Schneesturm ist endlich vorüber. Und damit haben wir die Riesen des Fimbulwintr abgeschlossen. einer. Der Schneesturm.